30 Prozent mehr, in nur sechs Jahren. Wie viel Bier trinken Sie denn am Tag? Naja, acht Flaschel, neun Flaschel, aber mehr nicht, glaube ich. Und meistens wann? Unter der Arbeitszeit. Heute nicht, bitte, ich bin in Urlaub, aber sonst trinke ich schon in der Arbeit. Ich trinke zwei Liter Wein am Tag. Zwei Liter Wein? Ja. Bier auch noch dazu? Nur einen Liter. Ja, na, werden Sie da nicht müde? Nein, ich arbeite mich aus. Was sind Sie vom Beruf? Fleischhain. Brauchen wir das in Ihrem Beruf? Na, fröhlich. Trinkt ja jeder.